Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige euch ein paar coole Funktionen des Quicktime Players, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, zum Beispiel Videoschnitt. Sehr, sehr cool. Man kennt das Programm ja vielleicht so als Wiedergabe-Programm, um Videos abzuspielen, aber das Programm kann auch mehr. Los geht's. So, ich bin jetzt hier am Mac und hier ist der Quicktime Player. Wenn er hier noch nicht bei euch im Dock sein sollte, gehen wir hier auf F4 und dann hier bei anderen ist dann der Quicktime Player. Der könnt ihr einfach runterziehen und fallen lassen. Ich habe ihn schon, also lassen wir den immer hier drin. Also, jetzt öffnen wir den, indem wir einfach draufklicken. Jetzt können wir ein Video auswählen, was wir einfach abspielen wollen, so wie das hier. Auf Öffnen drücken und zack. Oder, wenn wir einfach auf ein Video klicken, was gerade in einem Ordner ist, Doppelklick, wird automatisch auch mit dem Quicktime Player geöffnet. Dann ist es einfach so standard eingestellt. Ich kann es abspielen, wie ganz normal. Und das Video läuft. Sehr, sehr einfach. So, wie man es auch kennt. Jetzt gibt es aber noch ein paar Funktionen. Zum Beispiel, man kann links und rechts mit dem Maustasten das Video in Frames vor- und zurückspulen. Sehr, sehr cool. Und so kann man einfach auch mal an Stellen, was sich nochmal angucken. Zum Beispiel hier, ganz cool, da fliegt der Vogel so durchs Bild. Jetzt kann ich hier oben auf Bearbeiten gehen und dann auf Kopieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Keynote öffne, kann ich hier das Bild einfügen. Einfach mit Command-V. Dann steht hier Einfügen. Und eingefügt als Bild. Das heißt, eigentlich habe ich jetzt diesen einen Frame, dieses einen Bild aus dem Video rauskopiert. Und in diese Präsentation eingefügt. Also sehr, sehr cool und sehr einfach. Muss erst mal drauf kommen, dass es so geht. Aber es geht. Sehr, sehr cool. Was geht noch? Man kann hier zum Beispiel Clip-Teilen machen. Das ist eine sehr, sehr coole Funktion. Man kann wirklich schneiden mit diesem Programm. Ich gehe mal hier auf Command-E. Damit öffnen sich hier die Clips. Jetzt ist nur ein Clip. Und dann kann ich irgendwo hinstehen. Eine Stelle. Hier ist der rote Balken. Und damit kann ich hier durchs Video durchgehen. Ich gehe mal hier an diese eine Stelle. Nachdem ich was gesagt habe hier. Ich kann hier einzeln mit den Frames durchgehen. Aus dem Bild. So. Ja. Hier kann ich jetzt einen Cut setzen. Das mache ich mit Command-Y. Jetzt ist hier das Video extra. Hier oben stehen auch nochmal diese einzelnen Shortcuts. Hier Command-Y. Ich kann auch das Video kürzen. Hier mit Command-T. Dann kann ich hier einfach hingehen. Und mit diesem gelben Balken einfach. Das hinten und vorne. So zusammen stauchen. Das eben dann hier hinten Teile weggeschnitten werden. Wollen wir mal abbrechen. Wollen wir jetzt gerade nicht. Ich kann aber auch das Audio entfernen. Na jetzt hört man ja hier. Sound. Das kann ich wegmachen. Da habe ich ein Beispiel dafür. Was gleich noch was anderes zeigt. Und zwar. Ich kann auch ein Video hinzufügen. Also dazuschneiden. Dazwischen schneiden. Davor, dahinter schneiden. Geht alles. Ich nehme ein Video. Und ziehe es mir hier. Einfach mal vorne dran. Und schon öffnet sich hier das Fenster. Ich kann es fallen lassen. Kann es auch zwischen reinsetzen. Mache ich jetzt einfach mal. Zack. Und das Video ist eingefügt. Zwischen den von uns vorher zerschnittenen Clips. Jetzt kann ich hier drauf gehen. Und abspielen. Da ist der rote Cursor. Man hört da sehr viel Windgeräusch drauf. Das will ich jetzt gar nicht mehr hören. Deshalb benutze ich mal die Funktion hier. Audio entfernen. Damit entferne ich das Audio von der Spur. Mache ich mal. Zack. Und schon. Hören wir gar nichts mehr. Ja, jetzt will ich wieder Musik drunter legen. Hier liegt schon Musik drunter. Mache ich mal auf hier. Video und... Audio entfernen. Hier drüben auch nochmal Audio entfernen. Jetzt sind alle Spuren stumm. Und jetzt kann ich hier einfach mit Musik nehmen. Hier. Einfach auch drunter fallen lassen. Zack. Jetzt ist hier natürlich das Video nicht so lang. Das heißt, die Musik hätte noch... Da wäre noch mehr Musik. Aber jetzt lasse ich mal laufen. Sollen wir hier in den Cursor nehmen. Zack. Mit Musik unterlegt. Also sehr, sehr cool. Und so kann ich einfach hier wirklich ganz einfach mit diesem Programm von Apple, mit QuickTime Player, einfach Videoschnitt betreiben, um einfach mal ein Video hinzuzufügen, eine Stelle rauszuschneiden. Also wirklich sehr, sehr intuitiv zu arbeiten. Muss nicht erst mal drauf kommen, was das hier geht. Aber sehr, sehr cool. Und wenn man dann das Ganze fertig hat, kann man hier auf Exportieren gehen. Als 4K-Video. Gehe ich mal drauf. Zack. Jetzt kann ich das Ganze hier exportieren als neues Video auf meinen Mac. Eben sehr, sehr cool. Mach auch mal. Zack. Jetzt arbeite ich kurz hier dran. Mach die neue Musik drunter. Und dann wird es nachher wieder ein Video, was man verschicken kann. Also wirklich sehr, sehr einfach. Und sehr, sehr cool. Das ist das Programm, das kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.